Liebe Wählerinnen, liebe Arbeitnehmerinnen, liebe Parteimitglieder, liebe Fans der acht externen Reformer, die hoffentlich eine neue Partei gründen, nachdem, wie zu befürchten steht, die neue Parteien schon tot sind und es nur noch nicht selber wissen, weil sie sich ein Landtagswahlprogramm gegeben haben, das als Mensch meine Fragen nicht beantwortet, nämlich wie sind meine Fragen als Mensch und sollten auch Ihre als Wählerinnen sein, die Gretchenfrage, die ich auch an jeden externen Reformer, aber auch dann natürlich an jede Partei stellen würde, Die Frage würde lauten, wie machen Sie denn als Neupartei und oder externe Reformer unser Leben als WählerInnen, ArbeitnehmerInnen und Parteimitglieder besser? Und da sehe ich in den Wahlprogrammen außer Lippenbekenntnissen und frommen Absichtserklärungen und in Wirklichkeit alles beim Alten zu belassen, nichts. Da ist nichts, was mein Leben gesünder und länger machen würde, mein Leben reicher machen würde, mein Leben glücklicher machen würde. Da ist nichts, da erkennt man noch nicht mal in den Programmen, gibt es keine Erkenntnis des antikooperativen Aspektes und dabei leiden Sie doch gerade, liebe WählerInnen, alle schrecklich darunter. Sie leiden doch gerade, alle, genau darunter, nämlich darunter, dass unsere Welt einen Blinden fleckert bisher, hatte, hat, dass dafür, dass der Satz leider tragisch falsch ist. Sie kennen den Satz von mir, der Onkel Doktor meint's doch gut. Und damit sind alle Fragen beantwortet. Genau so hat sich, verhält sich unsere Regierung, unsere Politik. Man sieht überall ausschließlich den kooperativen Anteil. Der Onkel Doktor meint's doch gut. Und damit ist alle Überlegung, ob es nicht im Gesundheitswesen, im Krankheitswesen oder im Krankmachwesen auch antikooperative Anteile geben könnte, dass eben irgendwie es sich nicht um engelsgleiche Vollgötter in Weiß handelt, die uns nur Gutes schenken wollen, völlig unabhängig von irgendwelchen finanziellen Aspekten, durch den Verkauf von möglichst vielen Impfungen, Tests, Operationen, Schemotherapien, Bestrahlungen und so weiter. Nein, es handelt sich um engelsgleiche Ausnahme fast Götter, die völlig selbstlos sind und die ausschließlich kooperativ handeln, wo niemals auch nur irgendwas aus Geldgründen gegen unsere Interessen gemacht wird. Nein, niemals. Alle diese Fernsehberichte von Arte, Profiteure der Angst, die Macht oder Allmacht der Pharmaindustrie, die Opioidkrise, wo angeblich 200.000 Menschen in Richtung Tode gebracht wurden, durch die Profitinteressen eines Pharmakonzerns und so weiter. Das gibt es alles nicht. Nein, der Onkel Doktor meint es doch gut. Und das jetzt sozusagen deswegen, liebe Fans der acht externen Reformer, ihr müsst ja nur deswegen jetzt einen, und zwar die Fans von Gemeinwohlökonomie, Christian Fell, bei den Fans von gemeinwohlorientierten Wirtschafts- und Gesellschaftsformen und vom Urmatriarchat. Da müsst ihr also nextscientistsforfuture.de vom Weltrat. Dann haben wir Professor Nico Pech, Postwachstumökonomie. Ihr findet das übrigens alle, nextscientistsforfuture.de anklicken, aufrufen, dann den Live-Ticker anklicken und dann auf die weltbesten externen Reformer gehen. Dann finden Sie diese Liste hier. Ja, und die Fans von Professor Hans-Werner Sinn, Professor Nico Pech, Hans-Werner Sinn, Professor Achim Truger von den Wirtschaftsweisen, vom Sachverständigenrat. Ja, dann zum Thema glücklicheres Leben, Dr. Heidegöttner-Abendrot zum Thema Matriarchat, tierliches Matriarchat, Prof. Franz De Waal, sozusagen Ottmar Lathorff auch zum Thema Matriarchat, Christian Zimmermann, Präsident, ärztlicher Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes mit seiner Gesundheitssystemkritik und so weiter. Und weitere wären natürlich noch zu benennen durch die Parteien oder eben eine neu zu gründende Partei, die sie, die alle Fans zusammen sammelt. Aus Fans besteht dieser acht externen zentralen Reformer, die wichtig sind. Deswegen, wir wollen eben nicht den Fehler machen, den jetzt sozusagen die Neuparteien begangen haben, dass wir sagen, ihr müsst euch auf ein bestimmte externe Reformer konzentrieren, sondern es müssen viele sein, es müssen mehrere externe Reformer sein, weil ihr aus der Diskussion zwischen denen dann hoffentlich erkennt, dass natürlich am Ende die Next Scientists for Future das beste Konzept haben. Aber die Diskussion ist doch wichtig. Wir müssen doch, dürfen doch nicht den gleichen Fehler wie die CDU und die SPD machen, dass wir ausschließlich auf bestimmte Mainstream-Experten schauen und Reformer schauen und dabei eben, wie gesagt, den antikooperativen Anteil völlig übersehen und einfach sozusagen von dem Kernsatz ausgehen, ja, der Onkel Doktor meint es doch gut und der Onkel Doktor Drosten meint es doch gut und der Onkel Doktor Lauterbach und Wielerbach auch, die meinen es doch gut. Aber man versteht gar nicht, dass der antikooperative Anteil nicht durch böse Absichten entsteht, die Frau Merkel, die Bundeskanzlerin Merkel gestern so, sie hat ja so geschimpft über, was ich schon für einen sehr antidemokratischen Zug halte, dass man Andersdenkende grundsätzlich von vornherein, ja, es ist natürlich richtig, Verschwörungstheoretiker sind gefährlich, weil sie quasi andere Menschen in Richtung einer Lünchjustiz-Tendenz aufhetzen zu eventuellen Gewalttaten. Insofern ist es schon richtig, dass es sich da um gefährliche Leute handelt in ihren verrückten Vorstellungen, aber sozusagen diese Öffnung für den antikooperativen Anteil, dass sich vorteilbringende Irrtümer in unserem Wirtschaftssystem ausbreiten und dazu führen, dass am Ende aus Profitgründen zwangsläufig es dazu kommt, dass wir geschädigt werden müssen, damit andere Profit machen, ja, das ist, und überleben können wirtschaftlich, dass das zu übersehen, das ist sozusagen das zentrale Problem. Ja, hier bitte unten rechts an dem rundlichen Ding bitte schneller drehen, da ich ja so langsam spreche. 1,5 oder 1,75 empfehle ich. Ja, also ein schönes neues Jahr werden wir nur bekommen, sozusagen, wenn wir uns endlich mit dem antikooperativen Anteil beschäftigen und die Parteiprogramme, die Wahlprogramme der Neuparteien sagen quasi auch so, ja, ist doch alles in Ordnung, es gibt den antikooperativen Anteil gar nicht, es gibt gar nicht die Tatsache, dass eben ein Gesundheitswesen voll ist von vorteilbringenden Irrtümern, also wahrscheinlich hat man da den Bock zum Gärtner gemacht und hat irgendwie Mediziner sich an dem Programm beteiligen lassen, die natürlich sozusagen möchten, dass die Bevölkerung bei dem naiven Blickwinkel bleibt, ja, ja, der Onkel Doktor meint es doch gut, sozusagen Hände vor die Augen, ich sehe keinen antikooperativen Anteil. Dabei gibt es nur eine Erklärung für das, worunter die Menschen im letzten Jahr so gelitten haben, nämlich der antikooperative Anteil, dass nämlich hier noch einmal, liebe Wählerinnen, wodurch werden sie geschädigt, Tag für Tag geschädigt? Hier, durch diese Evolutionsverläufe, durch die Evolution des antikooperativen Anteils in allen Winkeln und Sparten der Gesellschaft, zum Beispiel hier haben wir den ersten Früharzt und Frühhändler und der lebt in der Wahrheit und sagt, herrlich, wie ihr alle liebevoll miteinander lebt in euren matriarchalen Bonobo-Kommunen und euch naturbelassen lebt und naturbelassen ernährt, da habt ihr dann starke Immunsysteme und braucht mich als Früharzt eigentlich fast nie. Das ist ein wahrheitsorientierter Früharzt und Frühhändler. Aber nach dem universellen Prinzip und Naturgesetz von Mutation und Selektion, Variation und Selektion muss es zwangsläufig irgendwann kommen zum ersten sich irrenden Früharzt und Frühhändler und der sagt dann solche Dinge wie, ekelhaft, euer urmatriarchaler Bonobo-Kommunismus, ist widerlich, dieser viele Körperkontakt, hört auf damit, ist ja ekelhaft und so weiter, ist ja krankheitserregend, ist ja scheußlich, hört auf damit, nein, ihr könnt auch ruhig alle meine denaturierten Nahrungsprodukte, künstlichen Nahrungsprodukte kaufen, die sind genauso gesund. Krankheit liegt nur an einer Sache im Wesentlichen, da gibt es so winzige Dinge, die wir später Viren, Bakterien, Pilze und so weiter nennen werden und die sind es, die euch töten und dagegen müssen wir euch möglichst viele Impfungen, Tests, Bestrahlung, Chemotherapie, Operationen und so weiter verkaufen und nur so werdet ihr gesund, wenn ihr möglichst viel kauft von diesen Dingen und der glaubt das wirklich, der glaubt seine Irrtümer und dieser Vorteil, diese Irrtümer erweisen sich dann in einem teuflischen Wirtschaftssystem als vorteilbringende Irrtümer, er kann, weil er so viel Umsatz macht, viel mehr Umsatz als der hier, sozusagen der eher von der Pleite bedroht ist, vom Aussterben bedroht ist, ist der Träger der vorteilbringenden Irrtümer, der kann hier ein leibliches Kind, dann drei Enkel, vier Urenkel ernähren und wird der Vorfahre von Trosten, Wieler, Lauterbach, Alnatura, Aldi und Co. Und hier findet er geistig einen Schüler, dann explodiert auch das Schülerwesen nach einigen Generationen und dann gibt es da ganze Universitäten, in denen auch die zukünftigen Trosten, Wielers und Lauterbachs herangebildet werden, mit all den vorteilbringenden Irrtümern ausgebildet werden, die eben die großen Gewinne bringen und die großen Einnahmen bringen und so weiter. Und die Wahrheiten geraten alle in Vergessenheit und werden nur ansatzweise von wenigen Ausnahmeärzten, Psychologen und so weiter, wie sie im Weltrat bei den Next Scientists for Future und die, wie wir sie jetzt auch in den letzten Monaten erlebt haben, Ausnahmefachleute verwalten noch ein bisschen Teile dieses Wahrheitswissens, das eigentlich verloren gegangen ist. Und dadurch werden sie alle geschädigt, denn sobald, liebe Wählerinnen und liebe Arbeitnehmerinnen, ganz bewusst, wir sprechen ganz bewusst an, denn es ist falsch, Politik machen zu wollen für Splittergruppen und Randgruppen. Nein, man kann nur erfolgreich sein und falls es wirklich eine neue Partei geben sollte, die aus den Fans dieser mindestens acht externen Reformer besteht und eben nur das externe Reformerwesen systematisch betreibt, anstatt sich vorschnell für die falschen externen, inkompetente externe Reformer zu entscheiden, was dann das Todesurteil für jede Partei ist. Ja, wenn sie als eine Partei wird nur dann zu einer neuen Volkspartei, wenn sie Politik macht für sie, liebe WählerInnen, also die Leute, die wirklich zur Wahl gehen und für ArbeitnehmerInnen, also arbeitende Menschen, egal ob Unternehmer oder direkte Mitarbeiter, sondern für arbeitende Menschen sozusagen Politik macht und nur eine Partei kann zur Volkspartei werden, die sozusagen, ja, für sie als WählerInnen Diener wird, ein Diener wird und die gesamte Gesellschaft in ein gemeinwohlorientiertes Dienertum Ihnen gegenüber verwandelt. Und das machen hier nur die Next Scientists for Future. Denn in dem Moment, hier dieser sich irrende Früharzt und Frühhändler, in dem Moment, wo dessen Irrtümer Ihr Gehirn betreten, wirken Sie schädlich, manipulativ auf Ihr Gehirn ein, wirken als parasitäre Meme, schwarotzerische Meme, also Sie werden quasi parasitiert und als Killer-Viren des Geistes wirken Sie manipulativ auf Ihr Gehirn und Sie werden, Ihr Leben wird unglücklich und zerstört. Sie trauen sich nicht mehr, Ihren natürlichen Lebensstil zu leben und Sie kaufen diesem Früharzt und Frühhändler ganz viel ab und er wird reich und Ihr Leben wird zerstört. Und darin befinden wir uns und das kann man nur kontern und das, indem man diesen antikooperativen Anteil und Aspekt in jeder Sparte der Gesellschaft erkennt und ganz gezielt positive, starke, positive Anreize genau so gekonnt setzt, mit 50 Jahren Wissenschaftserfahrung, so gekonnt setzt, diese positiven Anreize und so raffiniert setzt, dass sozusagen die bisher vorteilbringenden Irrtümer sich als nachteilbringende Irrtümer erweisen und eher solche Leute dann in die Aussterbensposition rücken oder ihre Irrtümer korrigieren und dann ihre Köpfe vollmachen mit vorteilbringenden Wahrheiten und dann sozusagen werden diese Ärzte und Händler werden alle ihre Diener sein. Das kann sogar so weit gehen, dass der Supermarkt sie berät, wie sie möglichst wenig einkaufen können, weil die Anreize entsprechend gesetzt sind, wie sie möglichst wenig, nicht möglichst viel Konsumsucht an den Tag legen, sondern möglichst wenig einkaufen und dabei so gesund wie möglich werden, weil genau dafür die Marktleiter, die Kioskleiter, die Restaurantleiter ihre größten Verdienstzuschüsse bekommen und die Marktleiter werden die Preise für alles, was gesund ist, in ihrem Markt senken und eher die Preise für alles, was ungesund ist, leicht erhöhen und so weiter und werden sie beraten, möglichst wenig jeden Tag zu kaufen und werden ihnen vielleicht bei der Tresor mit Einwurfmethode helfen und werden das organisatorisch-technisch machen, dass sie eben jeden Tag auch nur mit fünf Euro am Tag maximal einkaufen gehen und auch nur einmal am Tag das können. Da muss man halt entsprechend gucken, wie man das macht, dass, wenn wir das freiwillig wollen, dass also quasi die Marktleiter und Restaurantleiter irgendwie, wenn wir das wollen, so verschaltet sind, dass wir nur einmal die Möglichkeit bekommen, am Tag vor einer bestimmten Zeit, bevor bei den meisten Menschen so die esssüchtige Tendenz entsteht, dass wir da dann einmal, solange wir noch klar bei Verstand sind, gesund einkaufen und wenig einkaufen, so wenig wie möglich und so gesund wie möglich einkaufen und dann das Restgeld, also das Restgeld eben wir nicht in die Hand bekommen, sondern eben das Restgeld sozusagen im Supermarkt oder in den Märkten oder in unserem Etat bleibt, in unserem Geldetat bleibt, sodass wir dann den Rest des Tages ohne Geld herumlaufen und dann auch nicht mehr gefährdet sind, Essanfälle zu bekommen, zu viel zu essen, zu viel zu konsumieren, zu viel Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten und was auch immer zu konsumieren und dann wäre sozusagen, ja, letztendlich würden die ihnen helfen, wie man abnimmt, wie man, ja, und das würde alles der Gesundheit, die Marktleiter, also die Leiter von Märkten, Supermärkten, Kiosken, Restaurants, wären Teil des Gesundheitswesens, die würden sich rührend kümmern um ihre Gesundheit, die wären ihre besten Freunde und würden ihnen sogar helfen bei diesem hocheffizienten Weg von Weltrat und Next Scientist for Future, der Tresor mit Einwurfmethode, der Tresor-Methode kurz gesagt, sodass sozusagen ihr Geld immer irgendwo im Tresor ist, außer bei einmal am Tag was Gesundes einkaufen, eine Kleinigkeit, gesundes einkaufen und so schaffen sie dann problemlos, so wie ich es geschafft habe, ich habe es geschafft, problemlos 18 Kilo abzunehmen, 17, 18 Kilo abzunehmen und die auch auf Dauer zu halten und so weiter und das können sie auch, wenn dann die, nicht nur die Hausärzte, Hausarztteams und Hausarztersatzteams, sondern auch die, die, die Leiter der verschiedenen ernährungsbezogenen Dinge ihnen helfen und das ist technisch möglich heute, ihnen helfen und dafür sorgen, dass sie auch abnehmen können und ihr gesundes, ihren gesunden Bauchumfang, laut AOK, für Männer unter 94 Zentimeter beginnt, der gesunde Bauchumfang an der dicksten Stelle messen, nicht schummeln, ja, an der aller dicksten Stelle messen, also der höchste Messwert ist der richtige, also 94 Zentimeter und für Frauen muss der Bauchumfang ja unter 80 Zentimeter sein, erst dort beginnt der gesunde Bereich, vorher sind sie im krankheitsförderlichen Bereich, ja, ja, und, ja, und eigentlich, David Claudio Sieber hat das ja richtig gesagt, ach so, nochmal hier zu Ende, also, wenn man also positive Anreize setzt, dann werden, kommt es dazu, dass Wahrheiten vorteilbringend werden, also dann werden sich die vorteilbringenden Wahrheiten rasend schnell mit Hilfe des Weltrates und der Next Scientist for Future in allen Köpfen auf der Welt ausbreiten, wir werden nicht mehr alle durchmanipuliert sein und mit ein zerstörtes Leben haben, sondern wir werden eben viel, sehr viel gesünder, länger, reicher und glücklicher werden und das ist der, nur, das ist etwas, liebe Wählerinnen, sowas würde ich wählen, wenn, wenn sie, wenn jetzt eine neue Partei mir so ein Landtagswahlprogramm für Baden-Württemberg vorgestellt hätte, dass alles ganz anders wird und das meint, dass die gesamte Wirtschaft gemeinwohlorientiert werden muss, nicht als freiwillige Möglichkeit, sondern automatisch wird über Verdienstzuschüsse und andere positive Anreize gezwungen, wird mir zu dienen und mein Leben glücklicher und gesünder zu machen. Aber davon ist nicht ein Wort in diesen Landtagswahlprogrammen drin, also ich als Mensch und Wählerinnen, ich könnte solch ein inkompetentes, linksradikales, ökolinkes, Träumerprogramm ohne Realitätsbezug und ohne feste, positive Anreize und ohne eine reale, totale Umgestaltung unserer missratenen Gesellschaft, ich könnte sie als Mensch nicht wählen. Ich würde sie, wenn dann nur wählen, um die Partei zu unterstützen, aber das und vielleicht nur wegen, ja, eigentlich wüsste ich nicht, warum ich sie wählen sollte, weil es gäbe, es würde alles genauso schlimm bleiben oder gar noch schlimmer werden, denn durch den linksradikalen Aspekt dieser Landtagswahlprogramme würde ja unsere wirtschaftliche Situation noch viel schlechter werden im Lande als bisher. Also das heißt, wir würden ja noch mehr verlieren durch den antikooperativen Aspekt, weil die ganzen Reformen ja überhaupt keinen antikooperativen Aspekt kennen und den gar nicht systematisch bekämpfen. Also von daher, liebe Leute, ich als Mensch und Wähler könnte solche linksradikalen, verträumten, von guten Absichten, aber völlig ohne Konkretes, ich könnte sowas nicht wählen. Das ist für mich als Mensch unwehbar. Ich will doch glücklicher, gesünder, länger und reicher leben und nichts davon steht in den Parteiprogrammen. Nichts davon. Nicht eine Spur davon. Denn das Dilemma ist doch, warum ich unglücklich bin, ist doch, weil die Politik den falschen Experten, den falschen externen Experten und falschen externen Reformern folgt. Und das tut sie auch nur, weil sie eben von dem Grundsatz ausgeht. Der Onkel Doktor meint es doch gut. Es handelt sich um engelsgleiche Vollgötter in Weiß, die keinerlei finanzielle Interessen haben, sondern ausschließlich unser Bestes im Sinne haben. Ja, die haben unser Bestes im Sinne, unser Geld. Ja, aber eben, weil in Wirklichkeit der antikooperative Anteil 80 Prozent des Gesundheitswesens ausmacht und nur 20 Prozent vielleicht diesem engelsgleichen, selbstlosen, finanzinteressenslosen Dienst am Menschen darstellen. Aber man verschließt, ja, und der David Claudio Sieber hat das vollkommen richtig gesagt, da ist es wohl, der hat das ja angedeutet bei Punkt Preradovic, dass da eben keine Verschwörung läuft, sondern dass man, dass die Politik einfach gewohnt ist, sich auf den Mainstream der Wissenschaft, der Medizin als Experten zu verlassen und nichts anderes zu hören und zu sehen und dass man deswegen natürlich automatisch, aber jetzt sage ich, lieber David Claudio Sieber, eben nur, wenn man sich mit dem antikooperativen Aspekt von morgens bis abends beschäftigt, dann erkennt man ja erst, dass es System hat, dass generell unsere Systeme alle einen Mangel an positiven Anreizen haben und deswegen einen gewaltigen antikooperativen Aspekt mit riesigen Vorteil bringenden Irrtümern, die uns alle verseuchen im Sinne von parasitären Memen und Killerviren des Geistes durchmanipulieren und unser Leben manipulativ zerstören, ja, dass das sozusagen der einzige richtige Weg ist, daran zu arbeiten von morgens bis abends und durch das Ausschließen der acht der sieben von acht dieser von uns vorgeschlagenen externen Reformer ist alles wieder am Ende nämlich was nutzt uns was nutzen uns Neuparteien die auch wieder blind für den antikooperativen Aspekt sind Ja, der Große und David Sieber spricht das ja auch richtig an oder er spricht es in etwas anderer Sprache genauso an wie ich jetzt nämlich dass der zentrale vorteilbringende Irrtum in der Politik ja eben ist ungefähr so Lobbyisten und Lobbyisten ähnliche externe Experten und externe Reformer sind ein guter Wahrheitsquell auf den ich als Politiker bauen kann ja in Wirklichkeit erkennt man nicht dass doch Drosten Professor Drosten Wieler und Lauterbach Lobbyisten für das Geschäftsinteresse eines finanzgesteuerten riesigen Pharma Medi industriellen Großkomplexes sind und daran daran seht aber die Politik kein Problem weil sie ja davon ausgeht es gibt keinen die Marktwirtschaft die soziale Marktwirtschaft ist ideal es gibt keinen antikooperativen Aspekt und Anteil der Onkel Doktor meint's gut der ist ein Engel Engelsgleicher Vollgott in Weiß jeder egal wer und deswegen gehören wir einfach auf den Mainstream und damit haben wir alles Wichtige gehört und alles andere interessiert uns nicht mehr und genau das ist das was ihr Leben liebe Wählerinnen jeden Tag wieder aufs Neue zerstört ja und nur eine neue Volkspartei der Mitte Links die sich auf diese mindestens acht mindestens diese acht Gemeinwohlökonomie Next Scientist for Future Postwachstumsekonomie die Close Gedanke wird best berühmtester Volkswirt ehemaliger 68er Professor Sinn wirtschaftsweise Sachverständigenrat Professor Truger Dr. Heidegöttner Abendrot Professor Franz Dewahl Ottmar Lattoff zum Thema ist die glückliche lebens glücklichste Lebensform einfach nur unterdrückt worden dadurch dass wir durch die antikooperativen Anteile so wie ich es eben geschildert habe das Matriarchat bei den Bonobos und dann eben Gesundheitsreform und so weiter und weitere noch zu benennen durch die Parteien also eine neue große Volkspartei die gegründet werden sollte von den Fans dieser mindestens acht externen Reformer und die nur einen Inhalt hat externe Reformer diskutieren zu lassen und daraus dann ein Wahlprogramm zu konsensieren oder zu abzustimmen und zu kondensieren und nur so liebe Wählerinnen haben sie eine Chance glücklicher gesünder länger und reicher zu leben leben zu können in absehbarer Zukunft oder so schnell wie möglich ja und es ist traurig dass jetzt schon wieder alles gescheitert ist und wieder die naive Weltperspektive der Onkel Doktor meint's doch gut und wir müssen nichts unternehmen es gibt keinen antikooperativen Aspekt wir müssen nichts grundsätzlich anders machen sondern ja wir müssen ein paar gute Absichten benennen und ein bisschen ein paar moralische Dinge tun die den Wählern zwar viel Geld kosten und so weiter das reicht so ein paar ja also sozusagen wir müssen so ein paar Ideale der NGOs hochhalten ohne wir sehen keine antikooperativen Aspekte bei den NGOs man hat also auch etliche NGOs und links radikale externe Reformer hinzugezogen bei diesen Wahlprogrammen und natürlich kriegt man deren Werbesprüche dann hat man dann als Parteiprogramm naja ich wie gesagt ich fürchte dass es unwählbar für die für vernünftige Wählerinnen unwählbar also wie gesagt ich als Mensch habe dort in diesen Wahlprogrammen nichts gefunden was mein Leben jemals glücklicher gesünder länger und reicher machen könnte davon habe ich nichts gefunden sondern nur leere Worte und Worthülsen und Absichtserklärungen und Ideale und ganz viel Geschäftsinteressen von NGOs und von Splittergruppen und von unrealistischen linksradikalen Träumern sozusagen das sind aber keine wirklich brauchbaren externen Experten mit denen kann man diskutieren aber man muss natürlich dann sofort sagen warum solche externen Experten eigentlich gar keine Experten sind sondern linksradikale Träumer ja 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 also dann gehen wir nochmal um paar Details ja so beim staatlichen Gesundheitssystem haben die Ärzte Null geahnt geahnt aber irgendwie nie richtig konkretisiert außer bei unserem Auftritt beim Corona Ausschuss Termin 12 zweite Hälfte ab eine Stunde 47 22 dort nur dort wurde thematisiert dass wir eine vollständige Reformierung der gesamten Gesellschaft brauchen wegen dieses antikooperativen Aspektes weil wegen weil ja wegen der Fehlanreize im System sozusagen die antikooperativen Aspekte überwiegen und unser aller Leben zerstören und das wurde natürlich auch angesprochen bei Kai Stuth Creative Caravan bei Roger Bittel Bittel TV und ja von von Lehrer Mafi wurde es angesprochen und so weiter ja also machen wir uns mal klar nehmen wir mal an wir machen jetzt nicht die Reform der Next Scientist for Future also keine gemeinwohlorientierte neue Wirtschaftsordnung für Ärzte sondern wir machen wir machen ein staatliches Gesundheitswesen was passiert jetzt der hier da kriegt der Arzt quasi sein Geld wie ein Beamter und wir wissen doch schon alle sprichwörtlich ist es so der Beamte ist faul warum der macht sein Leben führt er im Privatleben macht an der Arbeit so viel Privatleben wie möglich und die Patienten stören eher nur und der macht so seinen Dienst nach Vorschrift er macht so das Minimum möchten Sie von solch einem Arzt betreut werden ja möchten Sie so bei so einem Beamtenarzt betreut werden der im Prinzip für den Sie nur eine unbedeutende Nebensache in seinem Leben sind ich nicht liebe Wählerinnen ja Sie wünschen sich doch vor allem welches Interesse sollte jetzt dieser Arzt haben an seinen eigenen im Studium erworbenen Vorteil bisher früher Vorteilbringenden Irrtümern zu arbeiten ja auch wenn diese früher Vorteilbringenden Irrtümer ihm jetzt keinen Gewinn mehr bringen weil eigentlich nur noch eins Gewinn bringt so wenig Arbeiten wie möglich für ihn Freizeitgewinne bedeutet in der Arbeit die Arbeit wird zur Freizeit ja also er hat sozusagen doch überhaupt kein Anreiz und keine Motivation kein Interesse daran seine eigenen im Studium erworbenen Hunderten von Vorteil bringenden Irrtümern zu hinterfragen und sie durch Wahrheiten zu ersetzen mithilfe der Next Scientist for Future vom Weltrat daran hat er doch gar kein Interesse wozu er kann doch weiterhin falsch den Leuten auf die falsche Weise die Leute falsch behandeln die Leute kränker machen die Leute medikamentös überdosieren und was auch immer das kann er doch einfach weitermachen es schadet doch nicht er kriegt doch sein Geld sowieso ja und damit ist ein staatliches Krankenhaus ist genau ist nochmal ist nochmal gefährlicher als das bisherige System ja weil dann zu eigentlich die gleichen Irrtümer angewandt werden zu ihrem Schaden und sie falsch weiterhin falsch behandelt werden und einfach nur man aber auf der anderen Seite ihnen zu wenig hilft und sich zu wenig ernsthaft um sie kümmert und damit ist dann wäre dann das Gesundheitssystem noch schlechter geworden als bisher nur wenn man wie die Next Scientist for Future positive Anreize setzt und jedes Krankenhaus jeder Krankenhaus Arzt jeder Hausarzt nur dann am meisten positive Anreize das heißt Beförderung Verdienst Zuschüsse Belobigungen Ausbilderstatus und Dozentenstatus und alles mögliche nur dann bekommt wenn wenn diese Ärzte ihnen geholfen haben und zwar messbar und nachweislich geholfen haben gesünder zu leben glücklicher zu werden länger zu leben und so weiter also wenn ihr Leben nachweislich glücklicher gesünder länger und reicher geworden ist dann bekommen die Ärzte ihre die Ärzte die mit ihnen zu tun hatten nur dann bekommen die noch Verdienstzuschüsse und andere positive Anreize ja und dafür muss man natürlich die richtigen das ist sehr schwierig aber wir können das die richtigen Messgrößen dafür einsetzen allgemeine Messgrößen eventuell Wohlfühlstimme Gesundheitsdaten Langlebigkeitsdaten Reichtumsdaten und so weiter also Wohlstandsdaten sozusagen mit einbeziehen und dann spezielle Messgrößen ja und so muss man also ganz gezielt man kann das auch über Schadensersatz Lösungen über Budgetierungsmodelle lösen und nur so kann man sozusagen liebe Wählerinnen ein für allemal den antikooperativen Anteil in der Gesellschaft im Krankheitswesen beenden und aus dem Krankheitswesen wird ein Gesundheitswesen ja ich hoffe das verstehen Sie liebe Wählerinnen das heißt ja bleibt nur zu hoffen dass jetzt noch so schnell wie möglich die die Neuparteien sich mit den Talkshows machen mit den acht externen Reformern wir haben ja Anfang Januar eine Talkshow wo ein berühmter Professor und Parteimitglied zugesagt hat und ich hoffe das wird dann die Kehrtwende die noch hoffentlich rechtzeitig so dass man noch die Wahl sich für die bisherigen Wahlprogramme entschuldigen kann und sagen kann nein jetzt machen wir es besser wir machen jetzt ein richtig gutes Wahlprogramm und beziehen mindestens diese acht externen Reformer die auf unserer Vorschlagsliste stehen richtig gut ein und dann wird das ein richtig gutes Wahlprogramm und dann dann kann es noch was werden ansonsten bitte wenn das nicht passiert bitte alle Fans dieser mindestens acht externen Reformer begründen sie sofort eine neue Partei und machen sie es dann richtig nämlich mit einer Liste von ja acht bis circa zwanzig externen Reformern und dann Diskussions Talkshows in denen dann die Parteimitglieder die sie zusammenstellen müssen im Sinne einer repräsentativen Wählerstichprobe und dann werden die sich auch für die die besseren Reformen und Parteiprogramms Punkte entscheiden ja also noch einmal Krankenhäuser verstaatlichen generell ein mehr staatliches Gesundheitssystem um dieses dieses private Profitinteresse rauszunehmen aus dem Gesundheitswesen sozusagen das funktioniert nicht weil das staatliche noch schlechter sein wird als das bisherige schon schlecht ist ja nur der Ansatz der gemeinwohlorientierte Steuerungsansatz der Next Scientists for Future wird uns die gewünschten Ergebnisse bringen können ja dann stellt sich so die interessante Frage wie viel Interesse an ihrer Konsumsucht liebe Wählerinnen behalten die Marktleiter und Kioskleiter und Restaurantleiter noch bei ja das habe ich ja eben schon angedeutet ich wiederhole es aber gerne weil es ja für sie noch mal neu ist ja dass die Verdienst Zuschüsse müssen eben von Staatswegen und Krankenkassen wegen also wir die Gelder kommen ja letztendlich aus dem Krankenkassen Bereich und aus dem Staats Bereich müssen sie kommen und wir müssen da am Anfang sozusagen nicht kleckern sondern klotzen wir müssen die Verdienst Zuschüsse gleich so kräftig hoch setzen die positiven Anreize gleich so hoch dotieren dass sofort die Marktleiter überall die Preise für das Gesunde senken werden und dann die Verdienst Zuschüsse so groß sind dass sozusagen da die Konsumsucht ja das Wohlfühlen und die Gesundheit und die Langlebigkeit der Menschen beschädigt und auch den Reichtum der Menschen beschädigt weil die dann viel Geld für Esssucht ausgeben und für Esskonsum ausgeben dadurch werden die Marktleiter zusammen mit ihren Ernährungsberaterinnen den Menschen die Menschen zuraten dazu so wenig wie möglich jeden Tag einzukaufen und nur Gesundes einzukaufen und abzunehmen und so weiter weil für das Abnehmen kriegen ja die Marktleiter Verdienst Zuschüsse Das heißt Ihr Ziel wird nicht mehr sein dass sie maximal ungesunden Billigskram mit höchster Gewinnspanne einkaufen sondern dass sie so wenig wie möglich kaufen dass sie gesünder werden abnehmen und so weiter Dafür gibt es nämlich dann in Zukunft Verdienst Zuschüsse also die Marktleiter die Kioskleiter die Restaurantleiter werden genau das Gegenteil von von bisherigen die werden zu ihren besten Freunden und die 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 versuchen sie so gesund wie möglich zu ernähren mit so wenig wie möglich also der Marktleiter rät zu einem minimalen gesunden Einkauf weil er dann am meisten Belohnung bekommt und dann hat er gar keine andere Wahl entweder er verhält sich als ihr bester Freund zusammen mit seinen Ernährungsberater oder er geht pleite das sind die Alternativen vor denen er dann steht und davon steht nichts in dem Programm der neue Parteien also dort steht überhaupt nichts wie man die Probleme wirklich löst und ja der Marktleiter erkennt nach der Reform der gemeinwohlorientierten Reform der Next Scientist for Future sein Heil nicht mehr in der Quantität sondern in der Qualität ja er kriegt am meisten Verdienst Zuschüsse und verdient in der Summe am meisten wenn sie nicht mehr Quantität kaufen sondern Qualität also ganz wenig gesundes einkaufen dann kriegt er die verdient er am meisten also wird er in diesem Sinne auf sie lenkend einwirken und wird sie versuchen positiv freundschaftlich zu beeinflussen ja Markt Kiosk Restaurant Leiter könnten das habe ich wiederhole ich nochmal weil es so wichtig ist könnten die Tresor Methode sie finden die Tresor Methode wo finden sie die sie gehen wieder next scientist for future .de live ticker und gehen dann gucken sich mal das die Übersicht des Forums an gehen nach oben also und klicken auf Weltrat der Weisen Forum so irgendwie und suchen dann nach Gesundheitstipps und Neues und da finden sie dann sofort die Tresor mit Einwurf Methode und diese Methode da würde ihnen helfen denn die Frage ist ja wie kriegen sie das hin dass sie nur dann wenn sie noch keine Tendenzen haben zu viel zu kaufen und zu viel zu essen oder zu trinken oder was auch immer dass sie dann das gilt auch für alle Alkoholiker oder Alkoholgefährdeten und Nikotinsüchtigen ja also sodass sie nur einmal am Tag überhaupt die Möglichkeit haben gesunde Sachen einzukaufen und den Rest des Tages über kein Geld mehr verfügen da diese Tresor mit Einwurf Methode die bei mir so wunderbar funktioniert und ich habe das technisch möglich die die Schlüssel haben und so weiter sodass ich also nicht mehr an das Geld rankomme genau dann wenn ich am schwachsten wäre gestern Silvester ja da hätte ich garantiert mir irgendwie noch was zu essen geholt und irgendwas gekauft und mich vollgestopft mit irgendwas als Trost und so weiter aber ich habe es nicht getan weil ich kein Geld mehr hatte es war schon alles Geld wieder im Tresor und ich hatte nichts mehr und dadurch nehme ich nicht mehr zu ja liebe Wählerinnen das ist doch gut für sie gesundheitsfördernd und das wollen sie doch auch ja wenn sie ehrlich sind sie merken doch dass ihr Übergewicht letztendlich bedeutet dass sie schon ein todkranker Mensch sind das merken sie doch ja die x leiter also die die markt kiosk restaurant leiter sind dann teil des gesundheitswesens also quasi die beiden pfeiler ihre hausarzts ersatz teams von denen sie sich ja zwei wählen dürfen einen gesprächs ein gesprächs hausarzts ersatzteam und ein ja körperliches hausarzts ersatzteam falls das nicht in einer einheit ihnen angeboten wird ja wenn sie meinen ich brauche will noch mal einen extra psychologen haben dann kriegen sie den dann können also und aber ich glaube mehr als zwei müssen es nicht sein also die erlaubnis zwei nur in sonder ausnahmes situationen vielleicht drei aber sie haben dann also ein bis zwei sehr gute freunde in den leitern ihres hausarzt klammer ersatz klammer zu teams sie haben und sie haben sehr gute freunde in form ihrer marktleiter kioskleiter restaurant leiter mit denen sie überhaupt zu tun haben das sind alles dann ihre besten freunde weil die aufgrund weil die quasi durch unser neues wirtschaftssystem gezwungen werden den antikooperativen anteil völlig und ihre vorteilbringenden irrtümer vollständig aufzugeben und nur noch ein ziel haben werden wie können sie liebe wählerinnen und wähler so glücklich und so gesund und so lang und so reich wie möglich leben ja und wie gesagt in den neuparteien bisher davon kein einziges wort von diesen kompetenten reformen und dieser konkreten verbesserung ihres lebens und vielen anderen denn wir wenden natürlich diese prinzipien auf alle sparten der gesellschaft an und überall verschwindet der antikooperative aspekt wir kriegen ein wirtschaftswunder von 500 Milliarden Euro jährlich von dem sie natürlich auch was abbekommen ständig ja und ja das und deswegen liebe Fans der acht der mindestens acht externen Reformer die wir eben genannt haben gründen sie eine neue schleunigst eine neue Partei oder treten sie ein in die Basis oder in wir 2020 und sagen sie Leute wir müssen uns um die richtigen die besseren externen Reformer kümmern und dazu eine Talkshow nach dem anderen machen und dann darüber abstimmen und konsensieren und nicht uns einfach so auf die falschen externen inkompetenten externen Reformer einfach fixieren vorschnell Ja 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 Das wäre der einzige Rettungsweg Also Tschüssi Liebe Wählerinnen Ich hoffe in dieser Neujahrsansprache konnten sie jetzt erkennen wie wichtig diese acht externen Reformer für ihr Leben sein könnten nicht nur die Next Scientists for Future denn richtig wertvoll werden die Next Scientists for Future durch den Dialog durch den Talk zusammen mit den anderen sieben externen Experten weil sie nur dann die besondere Überlegenheit der Reformen der Next Scientists for Future vom Weltrat verstehen werden richtig verstehen und schätzen werden können wenn sie den Kontrast sehen zu den anderen immer zu den anderen sieben immerhin sonstigen besten oder second besten externen Reformern ja und externen Experten den zukünftigen Regierungsberatern man sollte diese acht auch insgesamt immer als externe Regierungsberater immer dabei haben ja damit man immer auch Vielfalt hat und nicht Einseitigkeit wie das bei CDU und SPD der Fall ist ja weil die wie gesagt die leben in der liebe Wählerinnen die Regierung und die alle bisherigen Parteien leben in der Traum Illusion die soziale Marktwirtschaft wäre gut für uns Menschen Nein die soziale Marktwirtschaft ist es die die mein Leben zerstört hat weil die soziale Marktwirtschaft besteht daraus dass man die Hände vor die Augen nimmt und sagt es gibt keinen antikooperativen Anteil alle alle Teile der Gesellschaft sind selbstlose Engel die die den ganzen Tag nichts anderes machen als meiner Gesundheit selbstlos zu dienen wie engelsgleiche Vollgötter in weiß und ähnliche ja und diese diese völlige Blindheit gegenüber dem antikooperativen riesigen antikooperativen Anteil das ist ja das Wesen der sozialen Marktwirtschaft man könnte sagen die soziale Marktwirtschaft ist die blinde soziale Marktwirtschaft die sozusagen überhaupt keine Ahnung davon hat dass unser aller Leben ständig zerstört wird dass also auch die Weltkriege nichts anderes waren als die Folge des antikooperativen Aspekts weil die Waffen Händler eben ein wirtschaftlich ein größeres Interesse und die größeren Verdienstmöglichkeiten durch vorteilbringende Irrtümer hatten die uns zum Krieg aufgehetzt haben und niemand am Pazifismus am Frieden verdient hätte und dieser der antikooperative Aspekt der Waffenhändler und der der Waffenkonzerne war es doch der uns in die Kriege getrieben hat damit endlich mal wieder Umsatz zustande kommt und liebe Wählerinnen in so einer Welt wollen wir doch nicht weiter leben in dieser blinden sozialen Marktwirtschaft wollen wir doch diskutiert werden was sowas darf jetzt nicht vorschnell entschieden werden sondern da müssen die Parteien da müssen Talkshows stattfinden Ausscheidungs Talkshows wo die Basis der Parteien eingeladen ist da dann abzustimmen ja und direkt abzustimmen darüber ja von welchen externen Reformern sollten wir etwas zeitlich etwas mehr hören von welchen zeitlich etwas weniger also erstmal eine zeitliche Verschiebung machen dass man sagt so wie wir das beim Demokratie Pur Konzept vorgeschlagen haben bei den Demokratie Pur Talkshows dass eben die Zuschauer also in dem Fall wäre es die jeweilige Parteibasis ja dass die wählen und am Anfang kriegt jeder externe Reformer sozusagen eine Minute mit dem Moderator oder eine Minute oder zwei Minuten um schon mal die Grundidee seines Reformansatzes vorzustellen und dann wählen die Wähler und dann kriegen sozusagen von neun Stück kriegen sechs Stück ja vielleicht sechs Minuten und dann kriegen also vielleicht neun Stück drei Minuten dann in der nächsten nach der ersten Wahl sechs Stück sechs Stück sechs Minuten und dann drei Leute neun Minuten oder so egal wie man das dann technisch macht auf jeden Fall muss es zu einer durch Wahlen nicht zu einer absoluten Aussonderung bestimmter Experten kommen sondern erst einmal zu einer zeitlichen Verschiebung von wem will ich mehr hören dadurch haben dann auch die anderen externen Reformer immer noch die Möglichkeit irgendwann doch mal entscheidende Argumente für ihre Sichtweise einzubringen weil sie dann immer wieder doch mal Redezeit bekommen ja und so so würde dann eine wirklich basisdemokratische Parteiarbeit stattfinden in diesen Talkshows und ja und so ist der Weg ja und ich werde so etwas ähnliches in der Talkshow jetzt Anfang Januar werde ich so etwas ähnliches machen indem ich schon vorher den Moderator anrege immer wieder zwischendurch zu fragen liebe Personen die jetzt anwesend sind die sich eher als Parteimitglieder in erster Linie aber auch als WählerInnen verstehen als WählerInnen welches was was spricht sie mehr an oder warum spricht sie was mehr an und so weiter ja und das ist ja schon mal die Vorstufe zu diesem Punkt dass man eben denen etwas mehr Redezeit gibt wo die Leute dafür sind und denen etwas weniger aber immer wieder Redezeit gibt die die also sozusagen vielleicht nicht so das Richtige die den idealen externen Reformansatz haben ne und ja ja ich denke das war's für diese wieder mal sehr politische wissenschaftliche Tagesschau heute tschüssi bis bald schon wieder eine Stunde ja bis bald tschüssi und achten sie drauf der Weltrat der Weisen hat heute wieder eine Talkshow veröffentlicht wo es darum geht dass ja alle Probleme gelöst werden wenn wir schon unsere Gesundheit unsere Kombireform Ernährung Gesundheit und Pflege schon hätten und damit dann also sozusagen Immunstärkung statt Impfzwang das oberste Prinzip gewesen wäre aber wie gesagt solange man den antikooperativen Aspekt nicht kennt dann versteht man eben auch nicht dass der Impfzwang eben im Moment mehr Geld bringt als eine Immunstärkung der Bevölkerung hätte überhaupt kein Geld gebracht also damit hätten sich die ganzen Medizin und Pharmaindustrie Konzerne nur selber ruiniert und das können sie halt nicht denn die brauchen einen anderen wirtschaftlichen Anreizrahmen also neue positive Anreize um dann überleben zu können wenn sie uns Gutes tun anstatt uns Schaden zuzufügen im Moment bringt uns Schaden zuzufügen einfach viel mehr Geld als uns zu nutzen und das müssen wir doch umdrehen und davon ist leider in den bisherigen Landtagswahlprogramm nichts Konkretes vorhanden ja also schauen sie diese neue Sendung vom Weltrat der Weisen auch tschüssi bis bald ja sie finden bei YouTube sie brauchen nur auf Weltrat der Weisen zu gehen im Moment sind die Sendungen mal wieder online für eine kurze Zeit lang und muss man schauen wie lange tschüssi bis bald bis bald bis bald bis bald